So, willkommen zurück zu einem nächsten Tag von GTA. Leider bin ich nicht mehr der Horst. Warum auch immer. Nun wird er jetzt hier alles umstellen wahrscheinlich. Verkehr aus, Fahndungsverfüll aus, eigene Fahrzeuge ein, aufholen ein Windschatten ein. Danke. Ich bin bereit. Kann er loslenken. Ja, komm, starte. Mann, starte doch mal. Sechs, fünf, vier. Ah, jetzt wird mein Ding mal mit diesen neuen Horsts, ey, die kommen nicht auf den Ausstrahl, da. Oh, er hat mal gefunden. Stacke Leistung. Wieder dunkel, sehr schön, eigene Fahrzeuge, lassen wir alle so. Und das lassen wir auch so. Ja, wie gesagt, maximal, fahrt immer maximal zwei Strecken. Also jetzt eine Strecke, danach noch eine Strecke. Das ist so oft zehn bis fünfzehn Minuten kommen pro Part die drei Stücke aus. Länger muss es nicht sein. Stunt Motorholen. Naja, der passt ja irgendwie. Bin ich ja mal gestanden. Oh, was ist denn das denn, du Scheiße? Was ist denn hier los? Poligkünst ist der Strecke. Gibt's denn sowas? Alter, was für Strecken hier? Um Gottes Willen, Alter. Was ist denn hier verkehrt? Oh nein. 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 Halleluja. Naja, noch keine Trängelein. Mal gucken, ob es so bleibt. Boah, was? Boah, was? Ah, alter Letmischer Horsch, ey. Das ist ja Hammer. Wo ist das denn? Oh. Oh, gut. Oh, gut. Oh, gut. Ah, gut. Ich weiß nicht, wie ist ihr A? Bigger A Bigger ist Dustin A Teile Strecker Teile Strecker Oh nein, ja da Hier we are Haha Komm, komm, komm Scheiße Ja da Mann, was war denn das, alter Man hat mich süß Blöde Drecksau, alter Hat mich voll rausgekannt, ey Alter, was ein Zigeuner So ein Scheißdreck Ich bin immer vom Ziel, ey Was macht er da? Ja, nisch, toll Was ist denn da, ey? Na ja, komm Ein bisschen cooler Ja Jetzt sind wir gefahren 2.18, naja Oh Mann, ey Geil Motor Bowling, ey Alles klar, ey Stunt Looping Über der Stadt Na ja, das klingt wohl nicht sehr einfach, ey Ja Future Adventures in Fienz Für die Uni Jetzt erhältlich, aber toll Gucken wir mal, was das für ne Scheiße kommt Boah, ist ja immer noch der Großteil, oh Mann Boah, ist ja immer noch der Großteil, oh Mann Hm hm ist eigentlich auch unfair weil die fahrzeuge können schneller sein als wir ein bisschen aussie stadt stoßflug mein gott der mal gespannt Jetzt muss man Kohler saufen. Aber jetzt wird's ab, eh, bis ich mich nicht schaue. Das hat sich knallen, eh. Siehst du, die sind schneller als die Standardfahrzeuge. Ey, du, ich stehe, oder was, ey. Die drängen wie die Schweine, ey. Die drängen wie die drängen wie die drängen wie die drängen. Weil wenn du den nämlich überholst, der vor mir ist, dann kippt der dich weg, ey. Ist halt hier belastend. Naja, was soll's. Ui. Der hatte den auf ihm erwischt. Naja, mir sollte recht sein. Naja. 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 Das gibt's nicht, ey. Komm, komm, komm. Scheiß Chore, ey. Ich will hier mindestens dritter werden, ey. Oh, das ist ein Arsch, ist das halt, ne? Das ist ein Hogensohn, Alter. Das ist ein Hogensohn, Alter. So ein Bastard, Alter. So ein Blixer, ey. Kick mich voll raus, Alter, Blixer, ey. Mann, wie kann man denn hier rumändern, ey? Ist doch irgendetwas, ey. Naja, was schmeißt der mich da aus dem Dings? Nicht mal ganz knusper, oder, Junge, Alter? Naja, war sowieso hier meine letzte Runde, dann zurück mal an anderen Server. Na gut, also Rotary, Blixstunde. Ja.